Aus- und Weiterbildung ist ein wichtiges Element, eine wichtige Basis für eine erfolgreiche Karriere. Das gilt im Leben genauso wie hier bei uns als Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler. Damit wir dieser Herausforderung auch wirklich gerecht werden können und diese Verantwortung wahrnehmen können, bieten wir über das Jahr eine Menge an Veranstaltungen und Seminaren, um genau diese Entwicklungen auch unterstützen zu können. Als anerkannter Bildungsträger und als autorisierter Bildungspartner des Austrian Standards Instituts, übrigens der erste österreichweit, ist uns Qualität sehr wichtig. Qualität, sowohl was die Inhalte betrifft, die wir vermitteln, als auch die Qualität der Personen, die hier mit unseren Maklerinnen und Maklern arbeiten, um ihre Entwicklung der Karriere voranzubringen. Wir haben nun die Situation, dass wir jemanden brauchen, der diese Position bei uns einnehmen möchte und wir suchen daher nach einer Person, die mit Leidenschaft dabei ist, andere Menschen zu entwickeln, anderen Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Idealerweise eine Person, die Vertriebserfahrung hat und die natürlich im Idealfall auch schon ein wenig was über das Thema Training und Coaching weiß. Vielleicht, was erwarten wir uns? Wir erwarten uns Enthusiasmus im Umgang mit Menschen, Leidenschaft im Begleiten der Menschen im Sinne der Entwicklung ihrer eigenen Karrieren. Wir erwarten uns natürlich die Wertehaltung einer Person, die für die Nummer 1 tätig ist und wir erwarten uns auch Flexibilität. Flexibilität, die wir aber gleichzeitig auch bieten, wenn sie sich unserem Netzwerk anschließen. Flexibilität in der Zeit, Flexibilität natürlich auch im Ort. Sie sind ortsunabhängig unterwegs und nicht nur an eine einzige Stelle gebunden. Das heißt, zu dieser persönlichen Tätigkeit gehört auch Reisetätigkeit, weil es notwendig sein wird, auch vor Ort mit unseren Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu arbeiten und sie im Coaching erfreulich zu begleiten. Dazu, da voller Einsatz notwendig ist, bieten wir auch eine Vollzeitanstellung bei uns im Unternehmen. Und wenn all das Sie angesprochen hat, freue ich mich wirklich auf Ihre Bewerbung, die Sie mir bitte an ausbildung.remax.at zukommen lassen mit einem schönen Lebenslauf, damit ich eine Idee bekomme, wer sich mit mir gemeinsam auf diesen Weg machen möchte und vielleicht ein paar Gedanken, die Sie haben, wie Sie aus Ihrer Sicht optimal ein tätiges Konzept umsetzen könnten. Ich freue mich auf Sie und bin gespannt, was ich alles zu lesen bekomme. Ich freue mich auf Sie und bin gespannt, was ich alles zu sehen.